Wollt ihr 280 Euro im Monat verdienen dafür, dass andere Leute YouTube-Videos schauen und ohne dass du selbst mühevoll welche zu erstellen hast? Ihr habt richtig gehört. Ihr habt fast nichts zu tun. Und wie das geht, zeigen wir Ihnen heute in einer neuen Methode, die wir gefunden haben. Hierbei müsst ihr keine Videos selber erstellen und auch keine Videos hochladen oder runterladen. Wir zeigen euch nun eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das klappt. Dafür sind genau drei einfache Schritte notwendig, die du in der richtigen Reihenfolge befolgst, damit das Ganze funktioniert. Bleib also bis zum Ende dran und schau dir alle Schritte an. Wie immer zeigen wir euch auch ein paar Alternativen, welche ihr benutzen könnt. Sortiert nach Nutzerbewertung und am Ende ein Fazit zur Methode von uns. Wenn du solche Videos nicht mehr verpassen willst, dann abonniere unseren Kanal und verpasse kein neues Video mehr. Kommen wir nun zum ersten Schritt. Hierfür braucht ihr YouTube. Hier empfiehlt es sich, dass ihr einen Computer verwendet. Ihr könnt natürlich auch das Handy nehmen, allerdings kann man am Handy nicht so gut die Filterfunktion einstellen, die wir brauchen. Also kommen wir zu YouTube. Das kennt ihr alle. Die Übersichtsseite mit verschiedenen Videos. Alle Videos, Mixe, Gaming und so weiter. Neu für dich. Hier ein paar Vorschläge aufgrund eurer letzten Interessen, die ihr genutzt habt. Und hier auf der linken Seite gibt es Trends. Wenn wir hier auf die Trends gehen, gibt es ganz viele verschiedene Videos, ganz viele Aufrufe und so weiter. Ja, was uns jetzt interessiert ist, Video ohne Urheberrecht. Geben wir zum Beispiel jetzt einfach mal ein Compilation. Compilation. Fails zum Beispiel. Irgendwas, was sich die Leute gerne angucken. Ja, generell geht immer gut. Irgendwelche Ups-die-Pann-Show-Videos. Irgendwas Lustiges, wo man sich drüber amüsieren kann, was man gerne seinen Freunden schickt und so weiter. Ja, hier gibt es jetzt zum Beispiel schon ein paar Videos mit 7,9 Millionen Aufrufen, 69 Millionen Aufrufen und so weiter. Was wir jetzt tun, ist folgendes. Wir gehen hier auf der rechten Seite auf den Filter, können hier über den Filter jetzt auswählen, dass wir Videos haben wollen. Wir können über den Suchfilter eingeben, dass wir Creative Commons sehnen wollen. Creative Commons heißt folgendermaßen, dass derjenige, der das Video erstellt hat und hochgeladen hat, kein Urheberrecht auf dieses Video erhebt. Also wir können das Video kostenlos verwenden und deswegen suchen wir nach Creative Commons. Das ist sehr wichtig für unsere Methode und wir filtern nach Anzahl der Aufrufe. Ja, wenn wir uns jetzt hier die Ergebnisse anschauen, sehen wir, dass wir hier zum Beispiel ein Video mit 21 Millionen Aufrufen haben. Hier können wir auch einfach mal draufklicken, öffnen dann das entsprechende Video und hier können wir zum Beispiel uns direkt über Teilen auch schon den Link kopieren. Das habe ich jetzt einmal getan. Das ist nämlich wichtig für unseren nächsten Schritt. Ja, das gleiche können wir dann natürlich auch machen, indem wir ein anderes Video nehmen, aber als erstes versuchen wir das jetzt mal mit diesem Video. So, kommen wir nun zu Schritt 2 unserer Methode und zwar nutzen wir eine Internetseite, die sich URL-Shortener nennt. Das sind Internetseiten, auf denen wir Geld verdienen, in denen wir Werbung ansehen bzw. andere Leute auf unsere Links klicken und Werbung ansehen und darüber dann zu den originalen YouTube-Videos gelangen. Eine Seite, die ich euch vorstellen möchte, ist zum Beispiel Linkwertheist. Wenn wir hier dann draufklicken, gelangen wir zu dieser Seite. Diese Seite sieht folgendermaßen aus. Geld verdienen online und jetzt. Ja, man kann hier deinen Link eingeben und Geld verdienen. Ihr könnt euch hier oben ganz einfach registrieren. Seid ihr schon registriert, könnt ihr euch anmelden. Man kann zwischen Deutsch und Englisch hin und herstellen. Das ist eine super Sache. Und man kann zum Beispiel hier bis zu 8,50 Euro, die pro 1000 Klicks verdienen. Ja, schauen wir mal hier über die Seite drüber. Die höchste Vergütung liegt bei 70 Dollar pro Ansichten, aber wir wollen mal realistisch sein. Bleiben wir mal bei den 8,50 Euro, die hier oben angegeben sind. Einfache Verwaltung mit einem Dashboard, das schauen wir uns auch später nochmal an. Und tägliche Auszahlung auch über PayPal. Ja, hier unten gibt es auch nochmal Erklärungsvideos. Hier nochmal Kundenfeedbacks, die alle durchgehend positiv sind. Genau. Ihr könnt euch ganz einfach registrieren, indem ihr oben auf Registrieren klickt. Gebt einfach Benutzernamen, E-Mail, Passwort ein. Akzeptiert die AGBs und dann kann es mit dem Button Registrieren auch schon losgehen. So, nun kommen wir noch zu den versprochenen anderen Anbietern, die wir euch zur Auswahl stellen wollten. Hier haben wir noch zwei andere vorbereitet. Die Liste ist natürlich lang, also ihr müsst nur einfach mal im Internet nach URL-Shortender suchen. Da gibt es ganz viele. Da gibt es Shortfly, da gibt es AdPayLink.com, da gibt es ShrinkEarn.com und so weiter. Ja, Link-Verteis, unsere Nummer 1 haben wir euch ja vorgestellt. Bei AdPayLink könnt ihr zum Beispiel auch bis zu 13 Dollar pro 1000 Klicks verdienen und die entsprechenden Verdienste könnt ihr auf den jeweiligen Internetseiten einsehen. Wenn ihr schon mit der einen oder anderen Seite Erfahrung gemacht habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare posten oder ob ihr generell schon mit dieser Methode Erfahrung gesammelt habt, ob das gut funktioniert. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, nachdem ihr euch angemeldet habt, kommt ihr auf diese Seite. Hier habt ihr links die Navigation, Dashboard, Auszahlung, Affiliate-Programm und so weiter. Damit ihr jetzt euren Link von YouTube verwenden könnt, klicken wir einfach hier oben auf Link erstellen. Dann nehmen wir unseren Link, den wir von YouTube kopiert haben und posten den einfach hier rein. Ich ziehe das mal alles ein bisschen mittiger, damit wir das besser sehen. So, nachdem wir den Link da eingegeben habt, gehen wir einfach hier weiter. Dann müsst ihr einfach ein paar Seiten, ein paar Informationen zu eurem Link angeben. Ihr müsst einen kurzen Link-Titel eingeben. Geben wir einfach mal Compilation auf Funny Videos ein. Das ist schon zu viel. Einfach mal Compilation ist schon ausreichend. Hier oben sind auch die Balken schon grün geworden. Dann müssen wir unten zu dem Link-Titel. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr eingeben. Compilation of Funny Videos Must Watch. Ja, sollte man sich unbedingt ansehen. Und wenn das genug Zeichen sind, dann wird das hier rechts auch grün. Dann können wir hier unten bei Bilder und Video noch mal was eingeben. Wir geben jetzt einfach noch mal den Link ein, den wir kopiert haben. Hier können wir noch eine ausführliche Beschreibung eingeben. Ich schreibe jetzt einfach mal, damit hier was drin ist, ausführliche Beschreibung rein. Ausführliche Beschreibung, damit ihr wisst, was euch in dem Video erwartet. Mal schauen, ob das schon genug ist. Ne, ist noch nicht genug. Es geht um lustige Situationen. Also schaut unbedingt rein. Mal gucken, ob das jetzt schon genug war. Ist auf jeden Fall hier ein grüner Balken gekommen. Hier ist jetzt auch grün. Häufig gestellte Fragen könnte man noch mit einfügen. Aber das lassen wir einfach mal. Dann können wir jetzt hier einstellen. Ob überspringbare Anzeigen gewollt sind oder ob Werbung geschalten werden soll, nicht überspringbare Anzeigen. Das werde ich mal auswählen. Und dann können wir dann einfach diesen Link kopieren und der Community teilen. Wenn wir hier auf fertig klicken, dann war es das auch schon mit unserem Video. Ich habe das auch schon mal angelegt. Und wenn ich jetzt mal hier gucke, dann kann ich hier mal runterscrollen und sehe dann schon, dass ich diesen Link Fail Compilation schon angelegt habe. Am 18.12. heute. Und ja, das kann man auch nochmal im Nachhinein bearbeiten. Und diesen Link können wir jetzt nutzen, um Geld zu verdienen. So, und nun schauen wir uns einmal, wie viel Geld wir jetzt hier tatsächlich verdienen können mit unserem Video. Auf dieser Internetseite sind 8,50 Euro pro 1000 Klicks angegeben. Wenn wir uns jetzt einmal das YouTube-Video anschauen mit den 21 Millionen aufrufen, ist das natürlich eine ganze Menge. Nehmen wir uns mal unseren Rechner. Sagen wir mal, wir gehen für den 21 Millionen von einem Prozent aus, was wir erreichen wollen. Kommen wir noch auf 210.000 Klicks. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie viele Klicks das pro 1000 sind. Also 210 mal können wir 8,50 Euro verdienen. Wir gehen mal ein bisschen niedriger. Wir sagen mal, rechnen wir mal mit 8 Euro pro 1000 Klicks. Und wenn wir jetzt mit 8 Euro pro 1000 Klicks rechnen, kommen wir auf 1680 Euro. So, das erreichen wir natürlich nicht sofort. Und an einem Tag gehen wir einfach mal davon aus, dass wir diese 210.000 Klicks in einem halben Jahr erreichen. Dann rechnen wir das nochmal durch 6 und dann können wir ganz entspannt pro Monat 280 Euro verdienen, dafür, dass wir ein Creative Commons Video, was kein Urheberrecht hat, kopiert haben und woanders gepostet haben und die Leute über Werbung damit Geld verdienen. Das ist im Grunde gar nichts anderes als bei YouTube direkt, nur über eine andere Quelle. Kommen wir nun zum Schritt Nummer 3. Wir wollen die Reichweite unserer Videos erhöhen. Hierfür könnt ihr alle Seiten nutzen, bei denen Communities und viele Nutzer aktiv sind. Da gibt es Twitch, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, Discord und Reddit. Schauen wir uns doch einmal kurz die Seite Reddit an. Hierfür gehen wir einfach in irgendeinen Browser, geben Reddit ein und das ist auch schon die Seite. Hier klicken wir drauf und landen dann auf dieser Seite. So sieht das Ganze hier aus. Eine Seite wie alle anderen auch, wie Facebook und so weiter. Hier kann man verschiedene Videos posten. Hier auf der linken Seite gibt es die verschiedenen Themen, die einen interessieren. Hier oben rechts kann man auf Anmelden klicken zum Beispiel. Direkt mit Google oder Apple gibt es einen Nutzernamen ein und schon geht es los. Und als kleiner Tipp, wenn ihr Sachen posten wollt, müsst ihr allerdings sieben Tage warten, bis ihr das erste Video teilen könnt. Ansonsten schauen wir mal, was Reddit so macht. Wir sehen hier ein paar Informationen, wie Reddit funktioniert. Man kann posten, kommentieren, voten. Ja, interessante Themen kann man hochvoten oder runtervoten, wenn einem etwas nicht gefällt. Und noch einmal ein paar Zahlen. 70 Millionen aktive Nutzer, über 100.000 Communities und über 16 Billionen Posts und Comments. Ich denke, das ist für unsere Videos genau das Richtige. Schauen wir nochmal kurz auf die Startseite, wie das mit den Videos funktioniert. Also sollten wir dann in der Lage sein, irgendwelche Videos zu posten. Schauen wir mal, dann kann das Ganze hier so aussehen. Unser Video wird dann irgendwo auftauchen. Und wenn die Leute dann draufklicken, dann kann man sich dann schon das Video anschauen. In diesem Fall ist das Video direkt hier auf der Internetseite eingebettet. In unserem Fall würden wir dann nach der Werbung das Video angezeigt bekommen, direkt über Facebook. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.